Auch heuer wieder findet der beliebte Baubranche von Spreizerbau statt, damit es Ihnen gut geht beim Bauen. Samstag, 19. November im neuen Firmengebäude in Ipsitz. Es geht um professionelle Planung, um kalkulierbare Kosten und um das gesamte Angebot von Spreizerbau. Die Mitarbeiter stehen für alle Fragen bereit und zusätzlich werden Experten wie Energieberater Franz Gugerell und Energiefuchs Thomas Ritt zur Verfügung stehen. Eine Kinderbetreuung kümmert sich während der Vorträge um ihren Nachwuchs. Anmeldungen erbeten telefonisch oder per Mail unter welcome-at-spreizer-bau.at, damit es Ihnen gut geht beim Wohlfühlbauen. Baubranche von Spreizerbau.